So, ja Leute, willkommen zu einer kleinen Ankündigung. Und zwar stehen ja die Osterferien bevor, wie der ein oder andere vielleicht schon bemerkt hat. Also zumindest bei mir hier in NRW sind die nächste Woche, wie das bei anderen Bundesländern aussieht, habe ich keine Ahnung. Aber bei mir ist das halt so. Und die Sache ist die, ich bin die ganzen zwei Wochen in Urlaub. Und wo es hingeht, kann euch relativ egal sein. Naja, jedenfalls was meine Projekte angeht, möchte ich sagen, Kirby und Mario habe ich soweit eigentlich fertig aufgenommen. Mario muss ich noch ganz klein ein bisschen was aufnehmen, aber bis nächste Woche habe ich das auf jeden Fall fertig. Kirby, wie gesagt, mit Nick haben wir schon längst fertig. Platin haben wir auch noch eine Menge Folgen. Also das haben wir noch lange nicht fertig, aber ich glaube 28 Folgen haben wir schon. Das reicht auf jeden Fall. Und ich würde es so machen wollen, wenn es denn klappt, dass ich dann, weiß nicht, am Mittwoch oder am Donnerstag so ziemlich alles, was ich noch habe, privat hochlade. Und dann immer, wenn ich ins Internet komme, ein Video freischalte. Beziehungsweise pro Tag eins. Aber ich weiß nicht, ob ich jeden Tag ins Internet komme. Das heißt so viel wie, wenn ich nur alle zwei Tage ins Internet komme, gebe ich alle zwei Tage zwei Videos frei. Das ist relativ logisch. Aber ich gebe natürlich immer nur die Platin-Folge nach Nicks Platin-Folge frei. Das ist auch ziemlich logisch. So, ähm, zum Weiteren habe ich mir noch überlegt, ich nehme natürlich meinen Laptop mit in den Urlaub und versuche ein relativ kurzes Projekt aufzunehmen. Aber ich kann nicht versprechen, ob ich die Zeit dafür überhaupt finde. Mal sehen, aber, äh, wenn nicht, mache ich das auf jeden Fall dann nach den Ferien noch zu Ende. Kein Thema und nach den Ferien habe ich mir dann überlegt, dass ich dann, ja, klar, wie gewohnt weiter aufnehme. Aber, äh, ich weiß auf jeden Fall schon ein Projekt, das ich dann machen werde. Ein relativ cooles Projekt, wo ich Bock drauf habe. Ihr hoffentlich auch. Und, äh, ansonsten, ja, bin ich soweit durch mit den Punkten, die ich nennen wollte. Und, ich würde sagen, ich wünsche euch allen, äh, eine schöne, schöne Ferien, schöne, äh, Osterzeit, schöne, äh, Ostergeschenke. Äh, was kann man noch sagen? Äh, äh, Zeug. Genau, schönes Zeug. Naja, egal. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in den nächsten Videos, die ihr dann ja sehen werdet. Und spätestens, äh, aktuelles hört ihr dann wieder nach den Ferien. Bis dahin und Tschüss! 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 Bis dahin und Tschüss!